Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den Ian G-Markets Morning Call für Donnerstag, den 28. Oktober. Gut, wir beginnen zunächst mit dem normalen Tagesschart im DAX mit dem fallenden Trendkanal, den wir nach oben verlassen haben. Wir hatten hier einen Durchbruch nach oben über den Trendkanal geschafft im DAX und auch den 50er EMA hier Anfang Oktober nach oben überschreiten können. In der Abwärtsbewegung dann den 10er EMA, diese hellblaue Linie hier verteidigen können. Wir sind dann etwas seitwärts tendiert und haben letztendlich dann auch den Durchbruch über den Widerstand bei 15.600 Punkten geschafft Anfang der Woche und konnten dann am Dienstag hier bis 15.781 Punkte hochziehen. Am Vortag tat sich wenig, wir haben hier einen Inside Day mit einer kleinen schwarzen Tageskerze. Das bedeutet, dass diese Tageskerze komplett von der Vortageskerze hier umschlossen wird und es gibt da in der technischen Schadanalyse die Regel, dass wenn das Vortagestief nach einem Inside Day dann nach unten unterschritten wird, sich diese Abwärtsdynamik dann weiter fortsetzen wird, beziehungsweise wenn das Vortageshoch nach diesem Inside Day dann überschritten wird, sich neue Aufwärtsdynamik ergibt. In diesem Fall dann wahrscheinlich ein Hochlauf Richtung 15.800 Punkte zum Widerstand und dann auch weiter Richtung 16.000 Punkte. Unterstützt wird die Aufwärtsdynamik aktuell auch durch die bullische Überschneidung des 10er EMAs der hellblauen Linie über den 50er EMA der dunkelblauen Linie. Damit wurde ein frisches neues Long-Signal generiert. Und wie man hier in der Vergangenheit erkennen kann, hatte sich der 10er EMA lange Zeit hier klar über dem 50er EMA aufgehalten und wir hatten dann weiter steigende Kurse notiert und erst hier mit dem Durchbruch des 10er EMAs unter den 50er EMA ist dann auch der DAX weiter unter Druck geraten und vor einer längeren Abwärtsbewegung gestanden, die wir dann hier mit dem Verlaubstief bei 14.818 Punkten beendet haben. Wir machen dann weiter mit dem S&P 500, der ja am Dienstag hier an der unteren Trendkanalbegrenzung mit dem Verlauf so hoch bei 4.598 Punkten mit einer bärischen Tageskerze nach unten abgeprallt war. Diese Abwärtsdynamik wurde dann am Vortag weiter fortgesetzt. Wir sind mit einer langen schwarzen Tageskerze bei 4.551 Punkten aus dem Handel gegangen und könnten nun möglicherweise wie üblich in Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend dann zunächst den 10er EMA anlaufen, der aktuell bei 4.520 Punkten notiert. Brechen wir hier weiter nach unten durch, dann wäre die nächste Anlaufmarke am 50er EMA zu sehen bei 4.440 Punkten. Gut im hier vorliegenden Wochenstart im S&P 500 sehen wir nun das große Bild und auch den Widerstand der oberen Trendkanalbegrenzung des langfristigen Trendkanals. Wir sind hier mit dem Verlaufshoch bei 4.598 Punkten an dieser oberen Trendkanalbegrenzung zunächst wieder nach unten abgeprallt, wie übrigens auch in den vergangenen 10 Jahren und daher könnten wir nun möglicherweise vor einer längeren Abwärtsbewegung stehen, indem wir hier an der oberen Trendkanalbegrenzung nachhaltig nach unten abprallen und dann möglicherweise hier den 50er EMA im Wochenchart bei aktuell 4.129 Punkten anlaufen. Also die aktuelle Abwärtsbewegung im Tagesschart könnte sich weiter fortsetzen im Hinblick hier auf die Lage im großen Bild und wir vor einer längeren Abwärtsbewegung stehen. Gut und nun kommen wir dann zu unseren Markierungslinien im DAX für den Short- und Long-Bereich. Der Long-Bereich befindet sich hier nun über dem 50er und 10er EMA im Bereich von 15.580 bis 15.630 Punkten und der Short-Bereich dann zwischen 16.000 und 15.950 Punkten hier am Widerstand. Sollten wir über 15.800 Punkte ansteigen können, dann wäre mit einem weiteren Hochlauf hier zum Widerstand zu rechnen bei 16.000 Punkten ungefähr, wo wir ja auch das Verlaufs- und Allzeithoch bei 16.030 Punkten zunächst gebildet hatten und spätestens in diesem Bereich, wo ja auch im Monatschart dann der obere Fibonacci-Fächer verläuft, wäre dann mit einem erneuten Rücklauf zu rechnen. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading. Vielen Dank. Vielen Dank.